Und dann, als sie mit dem Wohnen fertig waren, brachte Abby zum Auto. Und? Und er hat gesagt, ich möchte dich wiedersehen, Baby-Dolker, wenn du's auf die Wange und ihn möchtest. Ah, kurz und bündig. Das ist er. Hey! Habt ihr überall einfach gesund? Ach, da zu wenige Agenten hier sind, dachte ich, ich helfe Abby. Der einzige Grund, weshalb uns hier Agenten fehlen, ist der, dass du Dinos nach Hause geschickt hast. Aber was erkennen Sie? Sie alle krank werden. Wenn Sie wieder jemanden von meinem Kind noch ausschicken wollen. Von mir, Director. Ich brauche nicht Ihre Genehmigung, um ein Personal einzuteilen, Agent Gibbs. Ihr Personal. So weit, ich weiß jetzt von meiner Zeit, Director, nicht von Ihrer. Die Kinder mögen es nicht. Mami und Baby streiten. Ich habe die Anrufliste von deinem Handy, das bei Sie und Petula. Ja, weißt du, die verbinden zu SIM-Karte, weil ich vermutlich, weil es runtergefallen ist. Okay. Wow. 15 ungelagene SMS. Darf ich doch wirklich einen zu erreichen. Oh nein. Was mache ich jetzt? Zur den Schrank gehen? Lass uns bitte hören. Hallo. Na endlich. Zum Teil versteckst du. Nafti. Was? Was machst du denn mit dem Handy von meiner Schwester? Ich habe da eine bessere Frage an dich. Wieso läuft das Handy deiner Schwester bei meinem toten Seemann? Der reizende ist ein Gebloned, das hier hat sich einfach kommt. Stop. The gott nöt. Ich hab zuerst gedacht, du musst dich beschimmigen Sie haben, die mit der Reizenden? Oh, das war's! Oh, das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Oh, nein! Was soll ich tun? Nein! Das war's! Und dann warte ich noch mal! Ja, er hat den Film und er hat meinen Kanal ab. Ist gut! Warte ich noch mal? Ja! Schau mal, du darfst du dich nahe! Oh, Mann! Oh, scheiße! Nein! Ich hab's raus, ich hab's raus, ich hab's raus! Ich hab's raus! Oh, ja! Hier ist es! Warte ich raus?! Ich hab's ja auch und geschädigt... Ich hab's nur die Schweißhunderte gespringen müssen... Hallo? Frau Krieg? Go, Andy.